Vor einer Woche haben wir uns in Jarimov zu unserem Vereinsjahrestreffen in Tschechien getroffen. Da wurden wichtige Projektgruppen zusammengeschnürt, das heißt Arbeitsgruppen, die sich in den Themen Logistik, Kommunikation, Social Media zusammenfinden, um nun in die unmittelbare Expeditionsvorbereitungsphase zu gehen. Wenn es alles gut gelingt, sind wir spätestens bis Anfang März aufgestellt, um also dann die Herausforderung Sochi 2019 anzunehmen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, um unser Projekt würdig zu unterstützen.